Hallihallo, herzlich willkommen in der wunderschönen neuen Folge von Sibilation. Ja, wir haben hier, also was ich auch noch festgestellt habe, so für mich, äh, ist nämlich, dass ich 50 Frames hab hier, in dem Spiel. Oh, verdammter. Soldat, Soldat. Oh, mein, äh, Entdecker, ach, der ist hier unten. Ihr Erkunder hat etwas Sonderbares in der Nähe bemerkt. Es könnte eine Ruine sein, Trümmer oder vielleicht auch etwas völlig Unbekanntes. Sie sollten ihre... Ah, da oben. So, jetzt mal da hoch. Nehm ich da, das hier. Nein. Ansonsten adhesive ist die Person. Wir blünen, wie es mit einer R in derfamily Heimat immer pollen survive. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist Entschuldigung, ich habe wichtige Informationen für Sie Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dies könnte hilfreich sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020